Servus Leute, wir sind wieder zurück bei War Thunder. Ja, mit dabei jetzt der Arctic-Nurme und ja, schauen wir mal, was wir jetzt reißen. Ich hoffe ein bisschen mehr als vorher. Ja, also bei mir ist es eigentlich gerade eben ja ganz gut. Ich war ganz passabel. Ich habe gar nichts zusammenbracht, ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt bei der Lack auch Altzweck-Munition reingeben. Kann ich erforschen? Oder Grabräuber-Klippen, sozusagen. Das ist der Flugzeug-Bodeneinheit, das ist eine feindliche Basis. Hm, ich fahre aber und flieg wieder mit der Lack zuerst. Da fehlt mir einfach das Freischalten ja noch. Einstiegspunkt der Jagdflugzeuge. Boah, neblig hier oben. Boah, wie hoch sind wir? Aber eh nur zwei Kilometer eigentlich. Aber voll in der Wolkendeck. Mhm. Oder das ist hier gerade irgendwie ein bisschen... Verpackt? Ne, 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 die Wolkendeckel reißt hier drunter auf. Bist du runtergeflogen, oder was? Ja, auf 1000 Meter ist die Wolkendeckdecke. Ah, okay, habe ich schon gesehen. Aber da fangen gleich die Berge an. Teilweise. Ja. Da kann man sich, da muss man durchschlängeln. Glaub ich gerade auf der linken Seite von dem Tal Kessel, ne? Also, beziehungsweise bis auf der linken Berge, ich glaube. Ich bin auf der linken, ja. Ich gehe gegen Brunsch, will ich gleich einmal. Zwar habe ich eigentlich jetzt die Lack, aber... ...solange ich keine Flugzeuge sehe. Ah, da hinten, der Brand. Ah, ich glaube, ich kann es hier wunderschön umfangen, wenn ich von hinten an die Brand setzen. Glaube ich. Wieso kriegt der Bunker keine Schaden? Boah, da ist das Schneider mit mir, den habe ich ja gerade eben gar nicht gesehen. Mann, oh Mann. Nicht nur du. Ich komme rübel zu dir. Das hat keinen Sinn da jetzt gerade bei mir hier rüben. Ah, ich habe das erste Flugzeug schon zerstört. Und direkt das nächste. Boah. Boah, jetzt bin ich hier auch im Kreuzfeuer. Boah. Ich bin zu dir unterwegs. Das ist vier Kilometer entfernt. Ist aber eh noch mal ein Gegner bei dir, oder? Boah, hier ist ganz schön was los. Ah, okay. Ich sehe dich relativ spät. Die drei sind hinter dir her. Ah, ich merke es. Ich hänge mich hinter die drei. Abgeschossen einen. Ja, ich muss rausspringen. Aber ich glaube, ich bin doch gerade so mit dem falschen rausgekommen. Da waren es einfach zu viele, aber ich habe vorher zwei schöne Abschüsse gehabt. Ich habe auch einen abschossen, der was hinter dir her war, aber die anderen sind jetzt hinter mir. Ich glaube, das ist das Problem. Wir sind von allen Seiten gekommen. Da kann ich auch was für machen. Einen abschossen wieder. Boah, jetzt sind zwei hinter mir. Das ist nervig. Ich sehe gerade nicht, wo ich hinfliege. Na, aussteigen, 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 aussteigen. Ja, ausgestiegen noch. Ja, zwei Treffen. Aber es leuchtet schon besser als vorher. Ah, wir sind doch zur Zeit gerade auf eins und zwei. Ja, und siehe Wund jetzt. Aber wir fliegen jetzt mit den gleichen. Ah, okay. Ich gehe mal hier im Sturz von Gunther auf Running 07. Ja, ich bin dabei. Ich komme da hinterher. Ich schaue mal, dass ich die Geschwindigkeit aufbaue. Ich war auf der Kommt-Kamp-Berge irgendwo. Hat sie ihn zerrissen oder hat er überlebt? Nein, der ist noch da. Der überlebt noch, aber der schützt sich gleich ab. Den kriegst du ein bisschen später. Ah, Flugzeug zerstört, ja. Aber überhaupt böse Schaden, weil er mir auch von vorne reingeflogen ist. Ja, die echt ist auch ganz gut. Die Maschine und wird immer langsamer. Mhm. Ich spiele gleich den Motor ab, glaube ich. Ich will gegen Bogenziele einmal gehen. Da vorne. Ja, meiner sagt jetzt Geschwindigkeit kritisch. Nase runter. Ja, der fliegt doch so langsam, der Weiße. Schön, hau aus. Das hat keinen Sinn, ich kriege den nicht über dem Berg drüber gerettet. Da springe ich lieber ab. Weil das hat keinen Sinn gehabt. Schade, schade, nur ein Abschuss. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt auch länger mal hier oben. Auf über 2000 Meter. Grund? Echt? Wieso bleibst du hier oben? Ja, ich komme aber gleich im Sturz zugunter. Auf wen gehst du? Ich habe keine Silent Marks, hätte ich vorher gehabt. Okay, ja, ich habe gerade... Ich bin tot, Polot ausgeschaltet. Ja, aber... Der hat wieder voll Milch drauf. Was war denn das für ein Flugzeug, P-36? Keine Ahnung. Bleibst du jetzt hier oben? Fliegst du dann runter oder wie? Ja, ich gehe runter auf Axel hier. Oder Axler. Ah, der ist schon abgestürzt. Das ist direkt der nächste. Ja, der ist in dir. Aber das sind ja ein Haufen andere von uns auch. Mutanus-Fake ist auch da. Ich komme runter. Boah, da wäre ich gerade fast unmecht geworden wegen Überlast. Ne, wahr. Abschusshilfe. Vielleicht sagt der nächste. Wenn ich mich dranhängen kann, komm, komm. Kein Wohli oder was? Bist du jetzt hinten dran? Ne, wo liegt los? Ja. Joschkatz ist links von dir. Der ist... Der in Wohli-Prox nicht mehr anschießen. Der kannst du wegfliegen. Lass hin. Das bringt nichts mehr, wenn er schon raucht. Halt, wenn er so extrem wie der ist. Ja. Da... Da... Inseil eh niemand. Und... Joschkatz. Bin ich kurz so vor dir. Ich habe noch einen Treffer gesetzt. Einer greift dich an, aber ich bin direkt hinter ihm. Ah Mist, muss nachladen. Sorry, kann dir nicht, kann ich helfen. Boah, Looping. Ja, wie geil. Schaffe ich, ziehe ich den durch. Treffer. Trefferflugzeug zerstört. Einer ist hinter mir, ja. Hat ich mich geholt? Boah, Flugzeugfolie. Ich glaube, ihr habt euch gerammt. Ja, da habe ich nichts machen können. Ich habe mir noch nicht bei einem I-15 M22 gar nicht die Bomben noch nicht gekauft. Habe ich gerade gesehen. Aber drei Abschüsse schon wenigstens. Ah, schon wieder eine Abschutshilfe, ja. Ja, ich habe auch drei Abschüsse und drei Hilfen. Ich habe null Hilfen, aber auch. Oh, jetzt, wo denn jetzt kommen die hier gleich, oh ja. Warte mal, wo bist du? Warte mal. Ah, da unten. Habt ihr schon wieder gesehen. Bleib noch ein bisschen hier oben. Auf drei, auf 2000 circa. Boah, da bin ich voll in seine Schussbahn reingeflogen. Jetzt kommt er nicht rum, oh doch, oh. Bei wem bist du jetzt dran? Ich bin halt noch in gar keinem. Ich bin gerade dabei, mein Flugzeug abzufangen. Ja, jetzt bin ich gerade in den Misi von einem, oh. Ich komme von oben runtergestoßen. Auf dem Ghana-H bin ich unterwegs. Okay, ich hänge mich jetzt an Teilmaster, okay, Abschutshilfe. Tempo verringern, ich weiß, dass ich über 500 fliege. Ich bin da der 80 Grad geflogen bin. Genau, ich bin hinter den Ghana, wo es nur gerade rausschießt. Boah, das war ganz schön knapp. Boah. Ah, dann uns K. Hast du einen Abschut gekriegt? Ja, ich habe auch einen Abschut gekriegt. Denk ich mal. Wollte ich gerade fragen. Abschutshilfe. Boah, da ist direkt wie am Ende mir. Boah. Boah, die fliegen da voll zahm. Ah, da unten. Acht, ich bin hinter dir. Ah, misst ich. Der ist abgeschossen, der ist durch. Ja, ich habe noch zwei, drei Schüsse, wollte ich noch setzen, bevor er endgültig weg war. Hätte ich vielleicht so einen Abschluss abstauben können. Treffer. Geschafft. Ja, nein, nein. Achso, Missionsziel nur. Der hat nur die Ablust zerstört. Ah, ich habe keine Bomben mit dem Flugzeug. Wo bist du? Da hinten. Ja. Ah, ich habe nämlich abgezogen, wo das, wo ich jetzt glaube, das ist ein Treffer, weil das ist kein Abschuss. Er kommt direkt auf mich zugeflogen, oder? Ja. Ja, ich glaube, das ist aber dort schon. Abschlusshilfe. Ich habe nichts bekommen. Ja, mein Flieger ist ziemlich arg beschädigt. Wo sind die restlichen? Ich weiß es nicht. Wir haben auch schon sehr, sehr viele von den Gegnern weggehauen. Das sind nur noch zwei, vier, fünf da, ja. Ich schaue mal, ob das da unten Panzer sind, oder was das da unten sind, genau. Weil wenn das schwere Panzer sind, mittelschwere Panzer, können wir eh nichts machen. Ja, so wie es ausschaut, sind es alles mittelschwere. Vielleicht die zwei anderen Ziele, was da noch am Berg sind, mache ich. Beziehungsweise im nächsten Tal, keine Ahnung, ob wo die genau sind. Ich glaube, die sind nach dem Berg, wir links. Ich kämpfe mich hier gerade mit meinem Flugzeug arg rum, aber ich sehe einfach keine Gegner. Ich gehe jetzt gegen Bodenziele. Panzerwagen, Panzerwagen kann man hinmachen. Wenn du zu mir kommst, hast du noch Panzerwagen. Ja, ja, ich bin auch im Weg. Das ist das Urschwimmel, da magst du auch fast keinen Schaden, zumindest ich nicht. Flux kann man ganz gut zerstören eigentlich, wenn man irgendwelche findet. Daher rüben wären welche, glaube ich. Oder sind das Bunker? Da hinten sind welche. Ein paar Pizzen, ein paar Pizzen sind da. Nein, die kriegen wir auch kaputt. Treffer zerstört, Bodenanhalt. Da hinten am Berg sind gleich noch welche. Treffer. Nein, Munition aus gerade. Motor überwitzt. Super, das ist grundleg gerade alles zusammen. Abflusshilfe. Ah, Bodenanhalt zerstört, ja. So, ja, da wurde gerade noch ein Flagg zerstört. Flagg hingemacht. Geh runter, wiederhole, geh runter. Bunker geht, glaube ich, nicht, oder? Nee, Bunker, glaube ich, nicht. Naja, für wen, sie Bomben. Na, da unten ist noch mehr Bunker. Die Panzerwagen könnte man noch machen, da vorne. Ah, ich lande jetzt, glaube ich, mal hier auf deren Base und was ich irgendwie einnehmen kann. Ich glaube, nein, die muss, kannst du zerstören. Bodeneinhalt zerstört. Ah, die Bomben hier gerade noch, ja. Ich tue jetzt einfach nur Bodeneinheiten machen. Bringt nix. Ich sehe keine Fliegen. Ja, ich sehe da hinten noch. Ich sehe da hinten noch. Da kann ich jetzt hin. Bodeneinhalt zerstört. Nein, nein, nein. Ah, Absturz. Zu tief gekommen. Scheiße. Aber, jetzt schau ich mir halt Statistik an. Wir sind nicht schlecht. Du bist Vierter, ich bin Fünfter. Ja, und einer von uns, ja, okay, aber den werden wir wahrscheinlich mehr einholen. Na, der hat um 300 Punkte mehr als du. So, ich flieg wieder mit dir mit. Schauen wir mal. Ich muss gerade mal gucken, aber ich glaube, das hinten ist ein Bunker. Neu, ich fliege. Warte, ist das da gerade, wo wir waren? Nein. Ah, das ist ein Bunker, nee, es kommt auf der anderen Seite. Ist auch ein Bunker da. Aber ich glaube, ja, okay, da fliegt noch, irgendwo soll noch ein P-Shooter rumfliegen. Also, mit anderen Worten, ein... Bomber, oder? Wo der sein soll, keine Ahnung. Du kannst höchstens die Panzerwagen zerstören, aber das ist das einzige mögliche. Da, wo wir vorher waren, da ist eine Kolonne noch mit drei Panzerwagen oder sowas und die kommen da immer wieder. Da vorne sind, da vorne sind noch Bodenziele auf dem Boden. Ja, das ist ein Bunker, das ist ein Bunker. Das ist ein Bunker, ja. Aber da rechts sollte noch was sein, oder? Ist auch noch ein Bunker. Ist auch ein Bunker, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ist auch ein Bunker, ja, die zerschießen alles außer die Bunker hier. Ja, das habe ich vorher gerade gemacht. Ich glaube, das sind immer gerade in... Das sind Panzer, oder? Sind das Panzer oder Panzerwägen? Das sind ja Panzerwagen. Die gehen, die gehen. Boah, der Boden hat zerstört, wunderbar. Boah, die Kurve schaffe ich nicht. Zwei Stück sind es noch. Da musst du weiter anfliegen, weil du brauchst relativ lang zum Draufhalten. Oh nein, er hat zerstört. Ja, der andere hat voll draufgehalten gehabt die ganze Zeit. Du hast nur mit zwei Schuss oder was machen müssen. Ja. Okay, das war es aber jetzt, oder? Da sind keine mehr. Boah, da ist gerade irgendwas von mir vorbeigeflogen, na. Aber ich sehe nirgends die bei... Na, beim G, taktische Karte. Ja, gerecht. Na, taktische Karte bringt auch nicht Zuschauer-Modus. Warte, ich schau mal, es sind noch 1, 2, 3, 4 andere Spieler. Einer mit einer B-Shooter. Ja, und das andere müsste ein Bomber sein. Ein HE-112 V5. Eine Blenheim-MK. Also, das ist... Also, das ist... Also, der Blenheimer ist auf jeden Fall ein Bomber. Und eine HE-51 A1. Da unten fährt noch ein Fahrzeug, muss ich gucken, was das genau ist. Oh, das ist glaube ich ein Panzer. Das sind glaube ich... Warte. Ein Panzer ist aber ziemlich schnell... Nein, das sind Panzer. Das sind Hunder, weil da sind viele hintereinander. Das sind die depperten Panzer, die man nicht abschießen können. In den Mittelsperren. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Runde jetzt noch dauern wird. Gibt's irgendeine... Oh, es gibt eine maximale Anzahl, äh, lange, oder? Ja. Ja. Ja, nur jetzt kann gerade keiner die Bodenziele zerstören, weil natürlich auch keiner sein Flugzeug in den Boden hauen will. Da braucht auch ziemlich wenig Bomber unterwegs sind. Da sind noch Panzerwägen. Ja, die kommen immer wieder da. Auf der Stelle. Da kannst du eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben. Du kriegst nicht den Zweiten. Du musst da jeden Einzelnen machen, geht sich nicht aus. Halt eigentlich kannst du da ganz genau auf der Kurve bleiben, die ganze Zeit unter Panzerwägen. Aber ich habe keine Ahnung, ob sich das irgendetwas bringt. Ah, der wurde gerade zerstört. Da sind schon wieder zwei, oder? Ah, die sind hin, die, gell? Das da hinten sind die Bunker, das ist da, wo wir eben waren. Genau, ja. Dann... Die bringen nichts. Hast du gar keine Bomben, oder? Ne, ich habe in dem gar keine Bomben. Fliege mal zum Flughafen vom Gegner, vielleicht kannst du da irgendwas nochmal. Ich glaube, der ist mittlerweile auch zerbombt. Ja, und was fehlt da noch? Bodeneinheiten, also wahrscheinlich sind das zehn Bunker, die fehlen. Ja, aber es kann nicht sein, dass wir alle Bunker... ...oder alle Flugzeuge, ja, aber wo's... Fliege mal rauf. Fliege mal auf, weiß nicht, 3.000, 4.000 Meter rauf. Du brauchst zwar ewig, aber... ...ich glaube, so schnell darfst du gar nicht steigen, weil du verlierst Geschwindigkeit. Du musst immer so zwischendurch absetzen, wieder Geschwindigkeit aufbauen, wieder... ...fliege mal oberhalb von der Wolken, vielleicht sieht man da was. Weil ich glaube, da ist gar keiner unterwegs von uns. Weil unten, da sind nur mehr die fünf Bunker, die fünf Bunker, die angezeigt sind. Oh ja, auf der anderen Seite wären noch ein paar Punkte. Wo du jetzt eh hinfliegst, so unter dir, so hinüber zu, keine Ahnung wo das ist. Oder ob das von uns welche sind. Ja, da bin ich eben schlang geflogen. Hinter dir ist einer. Auf 12 Kilometer. Boah, wo? Oben auf der Höhe sicher. Du musst sicher so hoch bleiben. Wie hoch bist du denn schon? Da sehe ich einen Blenheim in 12 Kilometern. Fire Drake, da fliege ich jetzt genau drauf zu. Boah, wenn ich den nicht am Boden gesetzt hätte, wäre ich auch jetzt noch dabei. So, jetzt müsste ich hier gleich mal die Oberkante der Wolkendecke erreichen, ja. Ah, der fliegt da oben über der Wolkendecke, das sind die Bomber. Na, aber der fliegt nicht oberhalb. Oder? Doch, doch. Fliegt der nicht auf der gleichen Höhe, circa? An der Oberkante fliegt der. Ja, guck mal, es ist nämlich nur noch der und ein anderer. Ja, das ist uhr. So was finde ich so billig bis zum Gehtnimmer. Dann sollen es gleich aufgeben, weil das bringt ja eh ganz Sinn. Ja, da werden jetzt... Guck mal, da ist ne MiG-3, da kommen jetzt... Aber der eine, der Blenheim, wo du grad hinfliegst, der hat noch null Tode. Der hat noch Flugzeuge. Boom. Ja, der ist wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem Ding hier drüber gekreist. Und wahrscheinlich kann man den nicht abschießen, weil er den Ur-Mega-Dings irgendwas hat. Ja, der ist ein relativ früher Womber von den äh Briten. Zeit wird knapp. Oh, jetzt ist es erreicht. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Neue Errungenschaften-Champions, äh, gewinnen sie 2500 Kämpfe gegen andere Gegner. Ah, ist der nächste, okay. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Kampf wieder. Ciao. Und bis morgen. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.